Herzlich Willkommen zum zweiten Tag der Drei-Schanzen-Tournee. Und hier sehen wir die heutige Schanze, die Schlangenrutsche in Goxel City. Unser Favorit Matthias Mäster, scheinbar mit leichten Selbstzweifeln, wird er es trotzdem wahren. Mach ich. Kein Problem. Alles windstill, es kann losgehen. Und er hebt ab. Unglaubliche Flugphase. Was sagt das Kampfgericht? 16,7 Punkte, das ist neuer Weltrekord. Das war der zweite Tag der Drei-Schanzen-Tournee und wir sind weiterhin auf Medaillenkurs. Drei-Schanzen-Tournee